Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Basis 108, dem IT-Zukunfts-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Wie geht Innovation? Und wie werden wir kreativer? Eigentlich doch ganz einfach oder? Vor allem in den Zeiten von ChatGPT und Co. Doch stimmt das überhaupt so? Um das herauszufinden, bin ich heute bei Katharina Hölzle. Sie ist Technologie- und Innovationsforscherin für die digitale Transformation und die daraus resultierenden Folgen für Menschen und Organisation. Die Professorin leitet das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, sowie das Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement, IAT, der Universität Stuttgart. Da sind wir heute. Das ist ein wahnsinnig schönes Institut, muss man sagen. Alles sehr hell und weiß. Also angemessen für die Zukunft der Arbeit und der Organisation. Also nicht so ein grauer Bunker mit Kleinwohlaugen. Außerdem ist sie Technologiebeauftragte der Wirtschaftsministerin Baden-Württembergs. Und ihr besonderer Schwerpunkt ist tatsächlich, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und jetzt bin ich schon sehr neugierig. Ja, hallo Katharina. Schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo Svea. Schön, dass ihr da seid. So, und ich habe gleich zum Einstieg was mitgebracht. Und zwar einen KI-generierten Song zu unserem Basis 108-Podcast. Weil ich irgendwie dachte, wir reden über Kreativität. Und naja, dann lassen wir doch mal die KI-Kreativ sein. Ich spiele ihn einfach mal ein. Habe ich heute quasi im Zug in zehn Sekunden geschrieben, komponiert und vertont. Da bin ich ja mal gespannt. Er kommt. Basis 108 Basis und auch da. Oh. Wo ist die warme Pause? Okay. Also zum Ende hin wurde es so ein bisschen Space-mäßig, würde ich sagen. Aber sonst nicht schlecht. Also spannend, oder? Ja, sehr cheesy. Ja, und dann... Der künstliche KI-Mark Forster. Und dann kam es doch wieder ans Radio. Ja, spannend. Das Radio. Wer hört heute noch Radio? Aha. Das ist mir aufgefallen. Und das Zweite, die Träume und die Emotionen und lass dich treiben. Ja, was wieder zeigt, die Technik ist das eine. Aber wir Menschen mit unseren Gefühlen und unserem Herzen sind dann das andere. Die sollen mitgenommen werden. Oder er hat einfach so viele Schlagertexte gefüttert bekommen, dass sie einfach drin sein mussten. Ja. In zehn Sekunden ist das entstanden. Das ist eine App aus dem Internet. Ich verlinke es nachher gerne auch in den Shownotes. Ist generative KI, und das ist das Ding, ja, ist sie kreativer als wir? Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? Also kreativer als wir. Ich glaube, jeder Songwriter und jede Künstlerin, jeder Künstler, dem ist es jetzt wahrscheinlich gerade kalt den Rücken runtergelaufen und hat sich gedacht, Leute, das ist nicht euer Ernst. So, aber es ist so, wie du sagst. Zehn Sekunden, du hast ein paar Schlagworte eingegeben und es war ja durchaus nett anzuhören und es war auch durchaus ein gewisser Wiedererkennungswert. Und da sind wir dann schon bei dem Punkt. Was ist kreativ? Ich habe das mal versucht, im Vorfeld zu googeln, was man so macht, um mich selber irgendwie mal zu ein zu Norden einzuordnen, weil man denkt ja immer, okay, kreativ ist irgendwie ein Maler oder ein Künstler. Und dabei habe ich aber dann auch herausgefunden, dass es gar nicht so einfach ist, so eine feststehende, eindimensionale Definition zu finden, weil eben Kreativität doch so ein breiter Begriff ist, ne? Von was Neuem, was Schöpferischem. Genau, also was ich immer gerne mache, wenn ich mit meinen Studierenden anfange mit dem Kreativitätsbegriff, ist, dass ich zunächst einmal die Frage stelle, wer von ihnen findet sich kreativ oder hält sich für kreativ? Und das sind relativ wenig Hände, die da nach oben gehen. Und gleichzeitig wissen wir, das habe ich selber damals, als meine Kinder klein waren, auch gemacht im Kindergarten, wenn wir die Kinder fragen, seid ihr kreativ? Da gehen aber eben mal 100 Hände hoch. So, also das erstmal so die erste Reflexion. Warum glauben wir eigentlich mit zunehmendem Alter, dass wir nicht mehr kreativ sind? Also darüber könnten wir sprechen. Und das Zweite, was ich dann mache, ist, dass ich einmal einführe, wir sprechen häufig in der Literatur von dem großen C, also Big C and Small C, also das große K und das kleine K. Und das große K ist das, was wir immer glauben. Das ist Leonardo da Vinci, das sind Johann Sebastian Bach, das sind die großen Künstler, wo wir immer denken, oh Gott. Die sind doch kreativ. Das bin ich nie, genau. Und das kleine K, Small C, das ist das, das ist unsere Alltagskreativität. Das ist das, was wir morgens machen, wenn wir den Anruf bekommen, Kita ist zu, in die Schule können die Kinder heute auch nicht. Ach, und apropos, ich muss heute bei meinem Chef vorbei. Also Probleme lösen. Genau, Probleme lösen und ganz schnell Lösungswege finden. Und das sind wir eigentlich alle. Wir würden nur nie von uns selber sagen, ach, was bin ich heute kreativ? Aber doch, das sind wir. Ich finde das spannend, weil es ja wirklich jetzt die Frage ist, mit dem Aufkommen der generativen KI, dass man sich eben fragt, ja, was macht vielleicht menschliche Kreativität so besonders? Auch gerade in der Abgrenzung zu einer Art, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Kreativität von einer KI. Ich habe ChatGPT mal gefragt, also wie sieht er in Anführungszeichen, also wie sieht es, wie sieht ChatGPT, das Stichwort Kreativität? Und ich spiele es einfach mal ein. Man kann ja inzwischen auch, also der hat ja eine Stimme bekommen, die KI, wenn man da 20 Euro im Monat einwirft, dann kann man tatsächlich mit einer App, der ChatGPT-App, wirklich Fragen reinsprechen. Und er antwortet dann, ich habe jetzt mal eine männliche Stimme genommen. Also ja, ich spiele es einfach mal ab und wir hören rein. Bist du kreativer als wir? Das ist eine interessante Frage. Meine Kreativität ist anders als die von Menschen. Ich kann schnell viele Ideen generieren und auf ein breites Wissen zugreifen. Aber menschliche Kreativität ist einzigartig und umfasst Emotionen, persönliche Erfahrung und Intuition, was ich nicht auf dieselbe Weise habe. Was denkst du darüber? Ich bin unsicher. Ich habe manchmal den Eindruck, Chatbots können kreativer sein als Menschen. Es ist ganz normal, sich unsicher zu fühlen. Besonders, wenn es um so etwas Neues und Komplexes wie künstliche Intelligenz geht. Dein Eindruck und deine Gedanken dazu sind wichtig. Möchtest du mehr darüber teilen, was dich unsicher macht oder wie du über KI und Kreativität denkst? Und? Hast du das dann noch geteilt? Hast du das LLM noch ein bisschen trainiert? Nee, das habe ich da nicht mehr gemacht. Da war ich auch zufrieden und dachte mir, Chatgpt, mein Therapeut. Sehr krass und sehr witzig. Ja, was denkst du dazu? Nee gut, ich meine, letztendlich kamen ja gerade schon wieder die richtigen Schlagworte. Und das wäre auch so meine erste Reaktion gewesen. Also jetzt Chatgpt spricht von Intuition. Ich spreche gerne von Empathie. Die macht uns einzigartig. Und wenn wir eben über Kreativität nachdenken, dann ist das für mich immer so dieses, wie kann ich aus wenig viel machen und anders machen? Und wie kann ich eigentlich die großen Fragen unserer Zeit und das sind auch teilweise die kleinen Fragen, wie ich sie gerade schon benannt habe, wie kann ich die eigentlich beantworten? Und das hat für mich viel mit Einfühlungsvermögen zu tun. Das hat für mich ganz viel damit zu tun, immer zu fragen, was brauchen die Menschen eigentlich? Das ist natürlich jetzt sehr wirtschaftlich geprägt, weil ich viel Kreativität, Innovation im Wirtschaftskontext sehe, versuche anzuregen. Natürlich auch bei meinen Studierenden. Ich mache ja auch einiges in der Politikberatung. Da stelle ich aber auch gerne diese Fragen. Und da finde ich, dieser Kreativitätsbegriff, der hat insofern etwas Menschliches, weil für mich die echte Kreativität erst da entsteht, wenn wir wirklich hinterfragen, was brauchen die Menschen? Also wenn es so eine Art Intuition gibt, dann, ich meine, ChatGPT hat ja keine Intuition. Der will ja nichts, sondern, also das ist halt eine Maschine, das ist ein Wortwürfelmodell, sage ich mal, ein bisschen abschätzig. Genau, das stimmt. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir über die letzten Jahre auch unsere Kreativität etwas verloren haben, beziehungsweise wir haben sie dann auch letztendlich so runtergewertet. Warum sage ich das? Weil wir gerade, wenn es eben jetzt darum geht, wir wollen das nächste tolle Produkt entwickeln, wir wollen die nächste tolle Dienstleistung entwickeln, wir wollen die nächste Kundengruppe erschließen, dass wir dann immer sehr inkremental unterwegs waren. Dass wir uns überlegt haben, naja, da braucht eben die Software noch ein neues Feature. Oder der Kunde hat doch gesagt, er wünscht sich folgende App. So, das kann ChatGPT ehrlicherweise besser als wir. Warum? Weil es auf deutlich mehr Informationen zugreifen kann, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist wieder dein Papagei, der sozusagen anfängt nachzuplappern. Das haben wir auch als Kreativität betrachtet und das ist falsch. Und das ist letztendlich so jetzt dieser Wake-up-Call, dass wir uns nämlich jetzt die Frage stellen müssen, was ist wirklich kreativ für uns und wie schaffen wir wirklich was Neues? Und wenn du mir das noch erlaubst, also Unternehmensseite ist so das eine. Für uns in der Bildung und in der Wissenschaft ist aber der Schritt noch viel dramatischer, weil wir in der Wissenschaft in den vergangenen Jahren immer gesagt haben, Du musst erst mal alles gelesen haben. Du musst alles repetieren, was andere schon geschrieben haben und dann kannst du darauf aufbauen. Und wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler und Studierenden auch so, dass wir sagen, gib das Wissen wieder. Vergiss es. Das ist alles jetzt obsolet. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie sieht das eigentlich in Zukunft aus? Und was ich natürlich darauf brenne, auch von dir zu erfahren, ist ein Stück weit, wie können wir kreativer werden oder wie können wir zur Kreativität kommen? Ich kann ja mal beschreiben, wie das bei mir funktioniert. Ich muss ja ständig kreativ arbeiten. Bei mir läuft es eigentlich immer so, es gibt immer eine Deadline und je näher diese Deadline kommt, desto kreativer werde ich. Es gibt so ein sehr schönes Bild, das ist mein Lieblingsbild dazu. Ich beschreibe es einmal, kann ich nachher auch noch in die Shownotes packen. Und zwar ist dieser kreative Prozess, der liegt ja auf einer X-Achse. Hinten ist also die Deadline und vorne ist halt, hier fängt die Arbeit an. Und dann gibt es eine ganz lange rote Phase, die nennt sich die Fuck-off-Phase. Nämlich, ich weiß ganz genau, ich muss irgendwas erledigen, aber ich habe da jetzt keine Zeit dafür. Nein, es interessiert mich jetzt nicht. Also, ich werde rings einfach so. Dann kommt dieser Moment von Panic, ja, so, oh nein, die Deadline, sie ist morgen, oh nein. Dann kommt all the work, ja, und crying dabei. Und dabei entstehen eigentlich immer ganz gute Sachen. Und schließlich kommt dann die Deadline. So funktioniert irgendwie Kreativität bei mir. Kennst du das? Das kenne ich sehr gut. Ich habe mich gerade sehr, sehr wiedergefunden. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Warum? Weil viele Menschen immer glauben, Kreativität ist etwas super Freies. Und Kreativität kannst du nicht erzwingen. Und Kreativität braucht keine Grenzen. Und das ist falsch. Wir wissen aus der Forschung ganz genau, dass du Kreativität bewusst anregen kannst. Du kannst ihr mit Instrumenten helfen. Und du kannst, indem du solche Grenzen, Boundaries setzt, wie jetzt zum Beispiel unsere Deadlines, kannst du diesen Druck erzeugen, der dann dazu führt, dass man denkt, okay, jetzt muss aber irgendetwas passieren. Das gilt nicht für alle Menschen. Es gibt Menschen, die sagen, das geht gar nicht, weil sie dann mich dann freak out, ja, wie du es schon sagst, also mit viel Weinen und Tränen. Und das muss man halt auch können. Aber dafür brauchst du super viel Selbstdisziplin. Und das kenne ich eben, ich glaube, das kennen wir alle. Ich meine, wir haben so viele Dinge, die wir erledigen müssen. Und dann diese Priorisierung. Und dann eben auch zu sagen, so, und jetzt bin ich da. Was ich aber für mich selber gelernt habe, ist die Schönheit der Inkubation. Dass du dir wirklich, wenn ich also jetzt was ganz Neues bekomme, dass ich dann mich wirklich dazu zwinge und sage, okay, es gibt diese Deadline und bis dann muss ich mich einmal mit dieser neuen Thematik auseinandergesetzt haben. Ich muss mich eingelesen haben. Ich muss vielleicht auch mit ein, zwei Leuten drüber gesprochen haben. Und ich mache das mittlerweile so, dass ich mir dann solche künstlichen Deadlines setze. So, und dann mache ich erst mal ein Häkchen dran. Um dich sozusagen ein bisschen selbst zu manipulieren. Total. So, und dann lasse ich es inkubieren in mir, weil ich ja einen gewissen Wissensstand dann erreicht habe. Und dann weiß ich, dann kommt ja irgendwann die richtige Deadline. Aber in dieser Inkubationszeit gehst du ja mit ganz anderen Augen durch die Welt. Also, wenn du schwanger bist, siehst du nur noch schwangere Frauen. Wenn du einen Arm gebrochen hast, siehst du plötzlich lauter Menschen, die einen Arm gebrochen haben. Wenn du dir ein neues Auto kaufen willst, siehst du überall die neuen Autos. So, das ist, das wissen wir ja, das ist also ein bekanntes Phänomen. Und genauso ist das auch. Wenn du dich eben mit einem Thema beschäftigen sollst, dann musst du dich erst mal ein bisschen damit beschäftigen. Dann gehst du mit dieser anderen Perspektive durch die Welt und dann wird es richtig gut. Das stimmt. Ich liebe das auch, wenn die Deadline eigentlich nicht die Deadline ist, sondern wenn man im Prinzip ein, zwei Tage oder auch ein, zwei Wochen, je nach Größe des Projekts, eine Art Deadline hat. Und hat dann danach aber nochmal Zeit dran zu gehen, zu überarbeiten oder noch ein Kapitel oder irgendwas hinzuzufügen. Und wie du schon gesagt hast, um eben nochmal so einen kleinen Song wie jetzt für unseren Podcast, den habe ich wirklich erst heute Morgen eingefügt. Weil ich dachte, ach, das wäre es doch jetzt noch, um eben dann das Projekt nochmal ein bisschen besser zu machen. Ich will mit dir nochmal drauf schauen, wie sich so Kreativität und Innovation nicht nur auf einem persönlichen Level, sondern eben auch für Unternehmen umsetzen lässt. Und das machen wir gleich. Da schauen wir gleich drauf. Für Unternehmen klingt jetzt das, was wir gerade besprochen haben, ehrlich gesagt, sehr suboptimal. Also lauter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die prokrastinieren irgendwie bis zur letzten Deadline und die man dann in Panic und Work and Cry versetzen muss, damit sie irgendwie überhaupt was schaffen. Und so will man das ja eigentlich gar nicht, weil man möchte ja Innovation fördern, man möchte Kreativität fördern. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie setze ich das in einem Unternehmen gut um? Und als erstes Stichwort musste ich natürlich tatsächlich an so ein InnoLab oder Inkubator denken. Ja, wie stehst du dazu? Spannende Assoziation, die natürlich dann gerne kommt. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen und erst mal die Frage stellen, was für Innovation wollt ihr? Was stellt sich das Unternehmen vor? Ein Unternehmen braucht beides. Ein Unternehmen braucht inkrementelle Innovationen, Verbesserungen, Optimierungen. Das gilt für Prozesse genauso wie für Produkte, für Dienstleistungen, aber auch für die Organisation an sich. Wir müssen immer ein bisschen auch etwas verändern, auch weil, also A fordert es der Kunde, der Markt, aber auch unsere eigenen Mitarbeiter so. Und das sind so klassische Verbesserungsprozesse, die sollten irgendwie standardisiert, institutionalisiert werden, damit sie einfach auch passieren. Auf der anderen Seite brauchen wir die radikalen Innovationen, die wirklich alles in Frage stellen. Das ist dann ChatGPT einzuführen, um unseren Kundendienst zu automatisieren oder auch unsere internen Prozesse. Das ist das neue Produkt. Das ist eine völlig neue Kundengruppe. So, und da stellen wir fest, dass sich Unternehmen damit ein bisschen schwer tun. Warum? Häufig hängt es damit zusammen, dass sie existierende Produkte und Dienstleistungen damit kannibalisieren. Wenn ich also jetzt eine gut gehende Software habe und jetzt kommt die generative KI-unterstützte Software, dann werde ich alle meine Produkte, die es vorher gab, eigentlich überflüssig machen. Das ist irgendwie uncool, weil im Zweifel mir genügend Menschen in meinem Unternehmen sagen, ja spinnst du? Never change a running system. Das hat doch jetzt zehn Jahre lang gut funktioniert. Warum muss da jetzt was Neues hin? Genau. Und die Umsätze kommen ja noch. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich keine Umsätze mehr generieren. So, also das ist das eine. Ich kannibalisiere mich selber. Das zweite ist eben, das hängt damit ganz stark zusammen, der Mut zum Risiko. Zu sagen, ja, ich weiß, aber wenn wir es jetzt nicht machen, dann macht es irgendwann jemand anders. Und dann sind wir nämlich raus aus dem Markt. So, also Mut zum Risiko, was aber auch bedeutet, dann und dann brauchen wir tatsächlich wiederum die Menschen. Wie gebe ich ihnen diese Kreativität und diese Freiräume und tatsächlich Freiräume, physisch gesprochen, prozessual gesprochen, dass sie neu denken dürfen. Und das ist ganz schwer in existierenden Unternehmen. Ich kenne nur ganz wenige, die das regelmäßig schaffen. Und dann kommt, und das, wir nennen also dieses Phänomen beidhändige Organisation, beidhändiges Unternehmen, also Ambidexter. Ich muss das eine können, aber ich muss das andere auch können. So, und dann kommt eben häufig, dass gesagt wird, dann lass uns mit einem Startup zusammenarbeiten. Die können das viel besser. Oder wir gehen eben in dieses, oder wir bauen ein Innovation Lab. Oder wir gehen an die Hochschule und die werden es uns schon sagen. So, das ist grundsätzlich nicht schlecht. Wir hatten so eine Hochphase vor vier, fünf Jahren. Alle sind nach Berlin gegangen. Alle haben ein Innovation Lab aufgebaut. Der Erfolg war leider Gottes so mittelmäßig. Okay, warum? Weil auf der einen Seite in Berlin natürlich vieles möglich ist, was hier in Stuttgart oder in Bayern oder in Münster, in Westfalen nicht so möglich ist. Und zwar habe ich da viele Freiräume. Ich habe diese sehr kreativen Menschen, die tolle Ideen entwickeln, sich aber dann nicht die Frage stellen, wie passt es denn zum existierenden Portfolio? Wie passt es zu auch der Kultur des Unternehmens? Ich habe mal ein Unternehmen beraten, was genau so ein Innovations Lab, so ein Startup Lab einrichten wollte. Und das war sehr spannend zu sehen, weil natürlich die Ideen kamen von den Gründerinnen und Gründern. Die haben regelmäßig Wettbewerbe ausgeschrieben. Und die Ideen kamen und es gab dann die Möglichkeit, dass diese Startups dann dort in diesem Innovations Lab mitgearbeitet haben. Sie haben da hospitiert. Und da stellte man dann sehr schnell fest, dass da zwei Kulturen völlig aufeinander geprallt sind. Auf der einen Seite die Startups, die eben gesagt haben, wir müssen das jetzt fertig machen. Die haben 16 Stunden am Stück gearbeitet. Die haben unter den Schreibtischen geschlafen. Das war für die ganz normal. Und auf der anderen Seite das etablierte Unternehmen, bei dem das natürlich nicht geht. Die haben Vorschriften, die haben Regulatorien. Es funktioniert nicht, davon ganz abgesehen, dass natürlich auch das Arbeitsschutzgesetz, auch in Deutschland sagt, dass auch ein Startup nicht 16 Stunden am Tag arbeiten darf. Aber da merkt man schon, man verzeiht natürlich solchen jungen Unternehmen eher mal was. Und die machen es halt einfach und fliegen dann auch unter dem Radar. Und so ein etabliertes Unternehmen, das kann das nicht so einfach machen. Da sind die Augen der Öffentlichkeit, sind da drauf gerichtet. Und die müssen sich da an ganz andere Boundary Conditions, also an die Rahmenbedingungen halten. Das wäre für die der GAU. Das geht halt nicht. Finde ich total spannend, weil wir haben ja das im Großen, gerade eigentlich im Silicon Valley gesehen. Weil ich meine, wir haben Alexa, wir haben Siri. Also wir haben Sprachassistenten jetzt seit Jahren. Und wir haben Google, die auf alle Daten der Welt Zugriff haben. Aber nein, die wahnsinnig viele Daten haben über Google Books, über ihre, die also das Netz jeden Tag crawlen. Und nein, nicht Google hat ChatGPT, hat die generative KI, den Chatbot eben rausgebracht. Ich meine, Google forscht ewig an KI. Es war nicht Google, es war nicht Apple. Sondern es war eben dieser kleine Outsider-Firma, damals noch Open AI, damals noch wenigen bekannt. Und das hat natürlich dann nochmal, ja, das hat einen Riesengruck ausgelöst, dann eben auf die großen Mitbewerber. Aber ich finde, das zeigt eigentlich ganz schön das, was du beschreibst. Dass es sich eben so große Institutionen manchmal schwer tun mit so Innovationen. Richtig. Und sie tun sich eben auch, sie tun sich auf vielerlei Ebenen schwer. Und das ist wichtig, dass man das weiß. Denn erst wenn ich die Gefahr weiß und sie erkannt habe, kann ich ja auch Mittel dagegen finden. Also das eine ist das, was du gerade schon angesprochen hast. So, die ist not invented here. Also das kommt nicht von uns. Vielleicht habe ich ein Paper drüber gelesen oder jemand hat mir davon erzählt. Aber dann ist erst mal die Reaktion, haja, wird sowieso nicht funktionieren. Genau aus der Argumentation, die du gerade sagtest. Wir haben doch alle Informationen. Wir wissen es doch besser. Also kann schon mal nichts sein. So gewisse Arroganz. Lass uns einmal gucken oder zusammenfassen, was können Unternehmen tun? Weil du hast diesen provokanten Begriff geprägt, Innovationstheater. Und das ist ja das, was man eigentlich nicht will, was ein Unternehmen nicht möchte. Also dass man ein Lab aufmacht, ein Hub aufmacht, ein Startup einkauft, aber de facto dann doch nicht innovativer wird. Also lass uns einmal versuchen, das zu destillieren. Was sind die kleinen oder was sind möglicherweise auch die großen Schritte, um Innovation und Kreativität im Unternehmen zu fördern? Also für mich ist der erste Schritt immer das Ehrlichmachen. Wollen wir das wirklich? Und es gibt viele Unternehmen, die sagen, sie möchten es. Und wenn man mit ihnen drüber spricht, dann kommt, eigentlich sind wir ganz zufrieden da, wo wir sind. Und das ist lustig, das höre ich zum Beispiel auch von vielen Naturwissenschaftlern, wenn die ein Startup machen. Dann sagen die nach ein, zwei Jahren, das ist super, ich will gar nicht wachsen. Warum sollte ich 100 Mitarbeitern haben? Ich bin glücklich da, wo ich bin. So und dann müssen wir aber auch tatsächlich uns, wie gesagt, ehrlich machen. Was sind dann auch die Implikationen daraus? Das kann heute gut laufen, das kann im nächsten Jahr noch gut laufen, das kann auch in zwei Jahren noch gut laufen. Aber dann sind sie in den meisten Fällen weg vom Fenster. So und diese Klarheit, die müssen tatsächlich häufig Außenstehende mitbringen und sagen, so, ich halte euch den Spiegel vor und das ist das, was ich sehe. Schritt eins, ehrlich machen. Wollen wir es wirklich? Wollen wir wirklich innovativ sein? Wollen wir wirklich the next big thing haben? Wenn das so ist, ist der zweite Schritt, dass wir mit Risiko umgehen müssen und es auch willkommen heißen müssen, was bedeutet, wir werden scheitern. So sicher wie das Amen in der Kirche, ihr werdet scheitern und zwar nicht nur einmal, sondern auch zweimal oder dreimal. Werdet ihr Geld verbrennen? Ja, das werdet ihr. Werdet ihr Leute ausbrennen? Ja, das werdet ihr. Das ist natürlich bitter. Natürlich ist das bitter. Das hört sich nicht mehr so an, wie man sich das eigentlich vorstellt. Es wäre, there is no free lunch. Und das ist halt so der Punkt, wo ich immer denke, Leute, wir haben, uns ist es in den letzten Jahren zu gut gegangen. Wir konnten irgendwie immer noch so da raus lavieren. Und das funktioniert heute nicht mehr. Punkt. Full stop. Und es tut weh und wir müssen rausgehen und wir müssen aus dem rausgehen, was wir bisher wissen. Und wir müssen Dinge neu lernen und wir müssen Dinge auch ganz anders machen. Das ist der zweite Schritt. Und aus diesem ersten und zweiten Schritt, wir sind ehrlich miteinander und wir sind bereit, Risiko einzugehen. Und wir sind bereit, das ist vielleicht dann sogar Schritt 2a und 2b, wir werden scheitern und wir werden Dinge verlieren. Wir werden Geld verlieren, wir werden Mitarbeitende verlieren. Wir werden auch als Unternehmen miteinander kämpfen müssen. Das ist aber nicht schlimm. Krisen sind dafür da. Krisen sind Wendepunkte und bedeuten auch Chancen. Und daraus werden wir hervorgehen. So und dann sind letztendlich die nächsten Schritte, wie ihr es dann macht. Ja, also in welche Richtung gehen wir denn? Und müssen wir uns jetzt Impulse von außen holen? Gehen wir an die Institute, an die Universitäten? Gehen wir nach China? Gehen wir in Silicon Valley? Gehen wir nach Indien? Sprechen wir einfach mal mit unseren Kunden? Ja, also ich glaube, dann ist es so ein bisschen, das ist dann Handwerkszeug. Ja, das ist dann der Malkasten. Aber wenn wir diese ersten zwei Schritte nicht gehen, sondern mit dem dritten Schritt anfangen und sagen, oh, wir machen ein bisschen Design Thinking. Ja, oder oh, wir gehen in Silicon Valley, wir machen eine gemeinsame Tour. Oder wir machen ein Innovation Lab in Berlin oder wo immer es vielleicht jetzt in Zukunft in Warschau oder in Budapest. Whatever. Es wird nicht fliegen. Glaubt es mir. Was ich mich trotzdem frage, ist manchmal, liegt es nicht einfach nur am Geld. Weil ich finde, man sieht es gut im Silicon Valley. Wir haben da eine sehr, immer noch, also sicherlich auch weniger, aber trotzdem kommen immer noch viele Innovationen daher. Und wenn man dorthin geht und wenn man da mit Menschen, ob es jetzt Gründer sind oder ob die aus dem Investment kommen, sprich dann sagen die immer, ja, es gibt hier einfach Funding. Man kriegt hier halt relativ schnell relativ viel Geld. Und ich finde auch ein gutes Beispiel ist tatsächlich wieder Open AI. Ich meine, da gab es ein 12 Milliarden Investment von Microsoft. Das ist eine irre Summe. Und mal zum Vergleich hier in Deutschland, Aleph Alpha, die sitzen hier ganz um die Ecke in Heidelberg. Startup auch für generative KI. Die arbeiten an einem Chatbot, der aber mit dem europäischen Datenschutzrecht konform ist, den zum Beispiel Verwaltungen einsetzen können. Also echt ein cooles Ding. Die haben auch einen super Ruf international. Und trotzdem, die hatten jetzt im November eine Neuinvestitionssumme von 500 Millionen Euro. Und bei KI, das kann man schon mal sehr platt sagen, da hilft halt viel auch viel. Ja, also weil gerade wenn es um die Chips geht, die sind sehr teuer. Wenn es um die Rechenpower geht, das ist eben auch wahnsinnig teuer, die Rechenkapazitäten im Hintergrund. Was ist, wenn wir da mit diesen Investitionssummen einfach nicht mithalten können oder wollen? Also das ist natürlich ein Thema, da hast du recht. Und wir haben in den vergangenen Jahren viele Gründungen. Und ich habe das damals, als ich noch am Hasso-Plattner-Institut war, habe ich ja auch entsprechende Ausgründungen begleitet. Ich habe auch zwei in die USA verloren, weil dort die größeren Summen waren. Einerseits, also Investitionssummen. Und du hast natürlich auch den größeren Markt. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Also insofern, es stimmt und da sind wir ja nun auch sowohl von politischer als auch auf allen anderen Ebenen dran und versuchen eben diese Tickets, die du dann in der ersten oder zweiten Finanzierungsrunde bekommen kannst, die größer zu machen. Weil bei einigen Themen, du hast jetzt die KI angesprochen, wir haben das ganze High-Technologie-Thema. Da brauchen wir, da müssen wir mit 10 Millionen gar nicht erst anfangen. Da brauchen wir 100 Millionen, wenn wir jetzt über die kleinen Kraftwerke beispielsweise sprechen. Und so weiter. Also das heißt, du hast recht. Wir brauchen die großen Summen, weil wir teilweise sonst die Technologien nicht entwickeln können. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch ein bisschen widersprechen. Wir wissen, dass Deutschland nach wie vor sehr attraktiv für amerikanische Investoren ist. Das ist aus dem Grund, dass die wissen, dass unsere Gründerinnen und Gründer, egal ob sie jetzt frisch von der Uni kommen oder ob sie aus den Forschungsinstituten rauskommen oder auch aus den Unternehmen, dass sie sehr effizient sind. Und das ist genau das, was du bei Luminous, also dem Large Language Model von Aleph Alpha siehst. Es ist sehr viel effizienter, sowohl programmiert worden, als auch in der Art und Weise, wie es arbeitet, als beispielsweise vergleichbare andere Modelle. Und da auch wieder, wenn wir zum Beispiel nach China gucken, China hat also wahrscheinlich noch nicht Millionen, aber mindestens eine vier- oder eine fünfstellige Anzahl an Large Language Models. Die sind riesig, die sind mit sehr vielen Daten trainiert worden. Sie sind aber, und jetzt bin ich keine Expertin, ich muss mich darauf verlassen, was die Experten mir sagen, nicht so performant wie beispielsweise Luminous. Also das heißt, da sind wir wieder bei unserem Anfangsthema. Diese Grenzen und diese Constraints, die wir haben, die sorgen ja dann auch für Kreativität und für Innovation. Und ich glaube, wenn wir das noch besser miteinander verheiraten, dass wir das, unsere Stärken nehmen, dass wir mit wenig viel machen können und dann zusätzlich noch einige große Tickets aufrufen könnten und auch bekommen, dann würde ich mir um eine Gründerzeit 5.0 hier in Deutschland keine Sorgen machen. Ich will gerne mit dir noch einmal vorausschauen, quasi in die Zukunft und auch nochmal zurückkommen eigentlich auf unseren Anfang, also auf Kreativität, Innovation und was eigentlich KI jetzt mit uns macht. Da haben ja viele Menschen auch die Befürchtung, dass KI Jobs ersetzt oder dass KI uns in manchen Dingen ablöst. Und du hast ja auch gesagt, es wurde immer so gepredigt, eben ganz, ganz viel selber zu lesen und darauf aufbauend dann Meinung zu entwickeln. Also das habe ich zumindest in der Uni auch noch genauso gelernt. Da wurde immer gesagt, wir stellen uns auf den Turm der Publikation und dann können wir ganz, ganz weit gucken. Jetzt hat diese KI oder das haben diese Large Language Models eben alles gelesen. Und die haben das wahrscheinlich besser gelesen als ich oder auf jeden Fall schneller. Wie schaust du darauf? Also wie wird sich unsere Arbeitswelt möglicherweise, wir hatten schon eine große Veränderung mit Corona, es kommt eben noch die KI dazu. Wie wird sich das verändern? Also es wird sich ganz einschneidend verändern. Da müssen wir uns, glaube ich, gar nichts vormachen. Und du hast die Akademikerberufe schon angesprochen. Und das ist halt echt spannend. Also die letzte große Automatisierungswelle, das waren die Roboter. Und wir erinnern uns, der Spiegel hatte, glaube ich, Anfang der 70er dann ein Titelbild, die Menschenlehre Produktionshalle. Und es gab große Befürchtungen, große Sorgen. Wir brauchen den Faktor Mensch nicht mehr und so weiter. Und diese Diskussion haben wir ja aktuell auch. In welchen Berufen gibt es eigentlich die größten Auswirkungen? Und was ich ganz spannend finde, ist, noch vor drei, vier Jahren haben wir immer gesagt, Informatik, Software Engineering, ja, studiere das. Programmieren. Genau, du wirst also nie arbeitslos werden. So, plötzlich programmiert die KI für uns und sie macht es sehr viel besser als wir. Rechtsanwälte. Die KI kann in viel kürzerer Zeit, du hast es angesprochen, die ganzen Texte lesen. Mediziner, Wissenschaftler, so wie ich. Also da sehen wir plötzlich, dass da Dinge passieren, von denen wir immer glaubten, wir Menschen sind die Krone der Schöpfung und das kann uns keiner nehmen. Das ist nicht so. Das bedeutet aber, und da kommen wir wieder auf unser Leitmotiv, die Kreativität, da ist jetzt die menschliche Kreativität gefordert, dass wir intelligenter drauf gucken und sagen, so, was macht die Maschine besser als ich? Große Informationsmengen zu verarbeiten. Sie gibt mir etwas aus und mit diesen Ergebnissen muss ich aber erstmal was machen. Was macht der Mensch besser? Er hat die Empathie. Er hat dieses, wie arbeite ich mit Menschen zusammen. Wir wissen, dass das ganze Thema Pflegeberufe, die Berufe, die mit Menschen zu tun haben, auch Lehrende, wir werden beispielsweise, ich hatte es ja schon angesprochen, in den Schulen, in den Universitäten, werden natürlich Teile dessen, was wir bisher immer so toll gelehrt haben. Das wird in Zukunft die digitale Technologie machen. Aber wenn es darum geht, wirklich mehr Wert zu schaffen, zu diskutieren, kritische Fragen zu stellen, das werden wir als Menschen machen. So, das heißt, die große Herausforderung für uns alle, für unsere Unternehmen ist es, auch hier wieder, ich komme wieder auf meine drei Schritte, erstmal uns ehrlich machen, analysieren, was kann die KI, was kann sie nicht? Was möchten wir, dass sie bei uns kann? Zweitens hingehen und sagen, so, dann lass uns jetzt mal ein bisschen was ausprobieren. Ist die KI tatsächlich in der Interaktion mit dem Kunden, der super genervt ist, weil mal wieder die Software nicht funktioniert, ist sie da vielleicht besser? Kann sie da entsprechend beruhigen und kann ich dann gucken, okay, was wollte der Kunde mir eigentlich wirklich sagen? Denn das sind ja so diese Themen, von denen wir aktuell ausgehen, das kann die KI nicht. Wird es in 15, 15 Jahren noch so sein? Ich weiß es nicht. Wir sehen Anzeichen, dass eine KI quasi empathisch wird. Ich bin damit überfragt. Ich möchte aber unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, hab keine Angst, sondern umarmt es proaktiv, denn sie wird nicht mehr weggehen. Und wichtig ist, dass wir im Gespräch miteinander, im Diskurs genau diese Fragen stellen. Was können wir besser? Was wollen wir auch in Zukunft für eine Gesellschaft haben, in der wir leben und in der wir entsprechende Unterstützung durch diese Tools bekommen, aber eben hoffentlich nicht ersetzt werden? Gibt es irgendwelche Fähigkeiten, die wir als Menschen brauchen, um da sozusagen mitzuhalten? Es gibt ja so diesen geflügelten Spruch, die KI wird dir nicht den Job wegnehmen, sondern der Mensch, der den Prompt eintippen kann, also den Prompt die Eingabe machen kann, was die KI tun soll. Also wenn du da einmal vorausschaust. Ich denke, das ist genau der Punkt. Also du hast ja die Frage gestellt, welche Fähigkeiten brauchen wir? Und für mich hat das ganz viel damit zu tun, dass wir offen, mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass wir diesen Wandel nicht nur akzeptieren, sondern umarmen, denn er wird nicht weggehen. Und du sagtest eben, oh wie schrecklich, wenn wir dann alle von einer Krise in die nächste stürzen, aber das ist halt leider im Moment so. Das heißt aber, dass wir alle dafür verantwortlich sind, dass wir selber diese Fähigkeiten ausbilden, damit umzugehen und zu sagen, okay, hingefallen, wehgetan, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Es hört sich so trivial an, aber es ist genau der Punkt. Und ich glaube, das ist letztendlich auch die große Herausforderung. Und wir sind dieses Hinfallen und tatsächlich ein blutiges Knie bekommen, wir sind das gar nicht mehr richtig gewohnt. Und vielleicht müssen wir das aktiv üben. Vielleicht stolpert ihr hier alle einmal, bevor ihr bei uns aus dem Gebäude rausgeht und wir sagen, oh, hoppla, das tut uns aber leid. Nein, also Scherz beiseite. Aber es geht nicht linear bergauf. Ja, also sozusagen so eine Kultur des Scheiterns. Zu sagen, okay, das war halt nicht mein erstes Startup, was erfolgreich wurde, sondern mein zehntes. Das war nicht mein erstes Produkt, was erfolgreich wurde, sondern eben das zehnte Produkt. Aber meistens redet da ja niemand drüber. Da redet keiner drüber. Es ist nicht die erste Klausur, durch die ich durchgefallen bin. Es ist nicht die erste Freundschaft, die in die Brüche gegangen ist. Es ist halt einfach so. Und ich glaube, wie gesagt, da sind wir bei diesem Ehrlichmachen und zwar nicht nur wir selber, sondern wir selber in der Interaktion mit den anderen Menschen. Wir als Gesellschaft und ich glaube, dass wir als ich als Wissenschaftlerin, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Berufen, in ihrer Tätigkeit als Eltern, als Ratgeber, als Mentoren, als tatsächlich einfach jemand, mit dem man sich unterhält, dass man da ehrlich miteinander ist und sagt, es ist im Moment nicht so toll, wie wir uns das vorgestellt hätten. Aber es ist okay. Wir kriegen das hin. Gibt es noch eine andere Technologie, abseits von generativer Technologie, wo du sagst, da entwickelt sich gerade noch was und wir sehen das im Moment noch nicht? Das wird auch uns in Zukunft sehr stark beeinflussen? Wir haben natürlich den ganzen großen Zweig der Biotechnologien, die jetzt gerade so ein bisschen zurückgedrängt sind. Bis vor Corona, auch noch in Corona, war natürlich CRISPR-Cas, die Genschere, so das zentrale Thema. Das ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt worden. Da wird aber natürlich weiter geforscht. Also da wird einiges kommen. Wie manipulieren wir unsere Gene? Wir hören es aus dem Silicon Valley. Das ewige Leben ist bereits geschaffen. Das wird auch wahnsinnig viel mit uns als Menschen machen. Wir sprechen über das Thema, erzüchten wir uns den perfekten Menschen? Also so dieses, sage ich mal, das ganze Thema menschliches Leben, sowohl in der Länge als auch in der Qualität. Wir werden die Sprünge bei dem Thema Energieerzeugung haben. Ich sprach gerade schon die Kleinkraftwerke an, die Fusionsreaktoren. Da wird einiges passieren, einfach um diese Energie, ohne die wir nicht können, tatsächlich günstig und klimaneutral erzeugen zu können. Und dann hoffe ich natürlich auf all die grünen Technologien, die wir brauchen, um dem Klimawandel entgegenzutreten und tatsächlich es hoffentlich zu schaffen, dass wir da nicht mehr als die 1,5 Grad kriegen. Da passiert in den Forschungslaboren gerade einiges. Es ist vielleicht ganz gut, dass die Forschenden da gerade so ein bisschen Ruhe haben. Aber da bin ich sehr zuversichtlich. Da passiert einiges. Und ich bin sehr gespannt, ob auch generative KI, vielleicht nicht das, was wir jetzt heute bei ChatGPT sehen, sondern vielleicht das, was so Next Level ist schon, ob das nicht dann wiederum der Forschung helfen kann, eben genau diese Probleme zu lösen. Also das ist ja einfach was, wo wir gerade so mit ganz Adleraugen eben hinschauen. Total. Aber das ist ja genau das, was wir sehen. Sie ist ja gerade schon auf dem Weg, dorthin eine Basistechnologie zu werden. Und wir sehen es ja, ich habe die Genetik angesprochen, wir sehen es in der pharmazeutischen Industrie bei der Arzneimittelherstellung. Die hat natürlich ganz andere Mittel, in kürzester Zeit eben das alles einmal auszuprobieren. Und ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung, die du gemacht hast. Das eine ist sozusagen, dass wir gerade Technologien bekommen, die als sogenannte Basistechnologien oder Enabling Technologies tatsächlich diese Sprünge dann aus, also bewirken werden. Quantentechnologien ist da vielleicht eben dann das nächste Thema, wo wir einfach ganz andere Umgebungen dann zur Verfügung haben, auf denen wir dann hoffentlich diese Innovationssprünge machen können. Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Hast du einen Tipp, wie hältst du dich kreativ und innovativ? Was machst du? Ich versuche tatsächlich immer wieder, mir Impulse von außen zu holen. Also auf der einen Seite habe ich so eine kleine Podcastliste, die auch immer wieder erweitert wird. Die lasse ich mir dann auch immer gerne von meinen Studierenden empfehlen, dass ich immer sage, habt ihr irgendwas gehört, gesehen, was gut ist? Also ich teile und sie teilen mit mir. Wir machen das auch hier am Institut, dass wir eben versuchen, uns selber so Anregungen zu geben. Ich versuche immer wieder, Gespräche zu suchen, und zwar außerhalb meiner akademischen Bubble. Also schönes Beispiel, gestern Abend bin ich auf dem Bahnhof in Stuttgart sehr spät angekommen und kam dann ins Gespräch mit einem Menschen, der musste vom Bahnsteig eben zur S-Bahn. Und wenn man Stuttgart kennt, weiß man, dass das nicht trivial ist. Genau, und wir gingen also den Weg zusammen und sind dann auch noch die S-Bahn zusammengefahren. Und das war total spannend. Also das war ein Anthropologe, der eigentlich etwas ganz anderes macht als ich, aber ich merke, dass das noch so in mir nachklingt. Das braucht ein bisschen Überwindung, aber ich hatte es ja eben schon angesprochen, dieses Gespräche der Menschen untereinander, das hält schon ganz schön kreativ. Sehr gut. Vielen Dank, liebe Katharina, für diese kleine Reise in die Welt der Kreativität und der Innovation. Ja, schön, dass wir hier sein durften. Schön, dass ihr da wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Und euch, danke fürs Zuhören und dranbleiben. Jetzt könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun. Geht in eure Podcast-App und schreibt uns einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Oder ihr vergebt einfach nur ein paar Sterne. Ich freue mich da sehr drüber. Und ich gucke da auch rein. Wenn ihr eine Frage habt oder Anregungen, schreibt eine E-Mail an podcast.bechtle.com. Schön, dass ihr da wart. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Basis 108 Der IT-Zukunftspodcast Der IT-Zukunftspodcast